Ja, hat sich doch gelohnt, eine Rolle Toilettenpapier noch zu Hause zu haben. Die Rolle Toilettenpapier gebe ich euch für 40, 50 Euro. Wer sie haben möchte, schreibt mich einfach privat an. Ihr könnt mich auf Instagram anschreiben oder auf Twitter. Wie ich schon gesagt habe, für 50 Euro könnt ihr sie haben. Ich werde sie so schnell wie möglich per Post verschicken. Und ja, ich wusste gar nicht, dass irgendwann Toilettenpapier so viel wert sein kann. Aber Spaß beiseite. Ich könnte ja mit dem Video anfangen und sagen, die Regierung hat versagt in Deutschland. Wir haben das am Anfang zu leicht auf die Schippe genommen. Ich könnte aber auch damit argumentieren, dass es wie bei SARS oder wie bei der Schweinegrippe der Fall ist, dass 4 von 5 eine ganz normale Erkältung haben. Bei einem etwas schwieriger, etwas, naja, die Symptome sind ein bisschen mehr, aber nicht tödlich. Wie bei jeder anderen Erkältung oder wie bei jeder anderen Erkrankung sind natürlich die am meisten betroffen, die ein extrem schwaches Immunsystem haben. Oder natürlich auch die Älteren. Da ist es ja meistens so, dass das Immunsystem irgendwann abbaut. Und könnt ihr damit argumentieren, macht euch nicht so eine Panik. Es ist zwar ein Virus, den wir momentan nicht unter Kontrolle haben, aber dass jeder zweite, dritte stirbt, so wie das in vielen Zeitungen steht. Bildet euch bitte weiter und nicht nur in der Bild-Zeitung. Bitte tut mir den Gefallen, nicht nur in der Bild-Zeitung, weil da sind die Schlagzeilen absolut wahnsinnig. Also das kann man sich gar nicht mehr ausmeihen, was die da für einen Scheiß schreiben. Es ist klar, dass die meisten anfangen, komplett verrückt zu werden. Guckt euch bitte mehrere Medienquellen an. Lest euch das auch von Ärzten durch. Auch sehr viele Ärzte sagen, man soll einfach ein bisschen forstsichtiger momentan unterwegs sein. Wenn man zum Beispiel, wie ich, noch auf Arbeit gehen muss, aufpassen, dass man nicht unbedingt so durch die Welt läuft, sondern wie ihr es gewohnt seid oder wie ihr das kennt, in Ellenbogen husten. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich arbeite in Reihenraum. Das bedeutet, wir haben sowieso alle schon Schutzkleidung an. Aber über das Thema möchte ich jetzt nicht reden. Wie schon gesagt, man könnte jetzt ein ganzes Kapitel öffnen, wie wir reagiert haben. Dass wir falsch reagiert haben. Bestes Beispiel ist ja momentan Großbritannien. Die Leute, die eine Erkältung oder Erkältungssymptome haben, dürfen das Haus für sieben Tage nicht verlassen. Aber die kriegen auch keinen Test für den Coronavirus, weil das nur limitiert ist für bestimmte, ich glaube, Arbeitsgruppen für bestimmte Leute nur limitiert ist. Also die Leute, die in England sich anstecken lassen, haben Pech gehabt, müssen einfach nur sieben Tage abwarten. Und dürfen dann nach sieben Tagen aus der Quarantäne raus. Aber darüber möchte ich mit euch gar nicht reden. Wie schon gesagt, wenn ihr darüber mal ein extra Video haben wollt, zu meiner Meinung, ich bin halt immer noch der Meinung, dass es Panikmache ist. Ich könnte jetzt auch weitergehen und Richtung Pharmaindustrie blicken. Weil wir wissen, die Zahlen, wir kennen die Zahlen, wir kennen die Statistiken bei der Schweinegrippe, bei den ganzen Impfungen, wo es den Impfstoff gab, jetzt gibt es ja noch keinen. Aber bei den ganzen Impfungen, wie die Pharmaindustrie verdient hat, wie sie zu der Zeit richtig verdient hat. Aber das ist alles nur Spekulationen. Man könnte jetzt so viele Sachen eröffnen und darüber spekulieren, möchte ich ungern ohne Quellen. Und die Quellen, die ich rausgesucht habe, sind totaler Schwachsinn. Wie ich gesagt habe, wenn ich mich über ein Thema informiere, lese ich tausend Bücher, gucke mir tausend Reportagen an und suche mir wirklich mehrere Quellen. Aber darüber möchte ich mit euch heute gar nicht reden. Ich war vor, warte mal, jetzt muss ich überlegen, vor zwei Tagen, am Dienstag war ich einkommen. Und ich habe, ich habe großen Verständnis. Ich habe wirklich großen Verständnis, dass die Leute jetzt gerade ein bisschen irritiert sind, gerade die meisten Leser bei uns hier in der Umgebung gefühlt nur die Bild-Zeitung lesen, dass die Leute total in Panik sind. Aber finde ich immer sehr schön. Ich will jetzt keinen Bezug auf eine bestimmte Zeit-Epoche jetzt nehmen, aber wie schnell man durch Propaganda und sowas Menschen manipulieren kann, das ist immer wieder sehr interessant. Und die selbstdenkenden Menschen werden dann immer gerne mal abgestimmelt. Man sieht es ja auch, hat es ja zum Teil bei der Pegida gesehen. Ich war da durch Arbeit, ich musste mit der Polizei mitlaufen, also ich war da halt als Sicherheitsfachmann. Es gab Leute, die haben halt alles für bare Münze genommen, die sind wie Soldaten gefühlt da mitmarschiert. Die konnte man komplett manipulieren und die waren auch richtig tief in der Materie von wegen, ja wir bräuchten jetzt mal einen Umschwung, aber ihr wisst was für einen Umschwung ich meine. Dann gab es aber auch noch die selbstdenkenden Menschen, die gesagt haben, ich würde mir das gerne nur mal angucken und möchte mir dazu mal meine Meinung bilden. Die aber dann natürlich auch abgestimmelt, sofort abgestimmelt werden. Selbstdenkende Menschen, die gut argumentativ jede argumentative Kette zerstören können, ist das überhaupt ein Satz, egal. Wurde natürlich dann dementsprechend sofort abgestimmelt. Also für selbstdenkende Menschen, auch jetzt in Corona-Zeiten, ist es extrem schwierig seine Meinung zu sagen. Ich würde euch das nicht empfehlen, lasst eure Meinung bei euch. Natürlich, ihr werdet sofort abgestimmelt als, du hast doch keine Ahnung, du informierst dich nicht richtig und das ist halt der Punkt. Die Leute, die nicht in Panik verfallen, die Leute, die zwar ein paar Sicherheitsmaßnahmen treffen, zum Beispiel ich, wie ich schon gesagt habe, ich tue es jetzt nicht jeden Tag. Hab dich angesteckt, hab dich angesteckt, hab dich angesteckt. Nein, aber Leute, die sich nicht nur die Bild-Zeitung als Medienquelle nehmen, sondern mehrere Quellen werden natürlich erstmal abgestimmelt und von wegen, ja, du musst dich mal richtig informieren, guck doch mal wie schlimm das momentan ist und ja, zu dem Thema möchte ich aber nicht heute den ganzen Tag reden. Wie schon gesagt, wenn ihr wollt, können wir darüber gerne mal ein eigenes Thema machen. Da suche ich mir aber wirklich extrem viele Quellen raus und würde das dann auch mit Quellen belegen. Das konnte ich ja gerade auch alles, also viel mit Quellen belegen, von mehreren Quellen, aber ich glaube, wenn ich euch alle Quellen unten in der Beschreibung verlinke, ja, wie schon gesagt, passt einfach nur auf, gerade wenn ihr Oma und Opa habt, vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr wisst, dass ihr gerade erkältet seid, vielleicht nicht unbedingt Oma und Opa besuchen zu gehen. Nehmt bitte alles ein bisschen, also schon mit Vorsicht, aber bitte verfallt nicht in Panik. Und das ist momentan von vielen Leuten, was ich beim Einkaufen auch gesehen habe, der ganz große Fehler. Die meisten verfallen in Panik, wie schon gesagt, die sich vielleicht die Bild-Zeitung als einzige Medienquelle nehmen oder, naja, wie schon gesagt, die sich vielleicht nie wirklich informieren wollen oder vielleicht, ich will die jetzt nicht beleidigen, Ich will jetzt auch nicht sagen, keine IQ haben, aber die vielleicht sich gerne von der Regierung kontrollieren lassen oder, ja, die einfach sich keine eigene Meinung bilden können, die einfach auf andere Leute hören und sagen, ja, der hat recht, die eine Quelle, deshalb kaufe ich jetzt den Laden leer. Und am Dienstag war ich einkaufen und ich war erst mal geschockt, ich habe erst mal gesehen, okay, gut, ja, hier und da kann es ja zu Engstellen kommen, ne, weil wir haben regional in unseren Läden vielleicht 10% und 90% kommt halt aus anderen Ländern oder wird halt in Deutschland woanders produziert, da kann es natürlich momentan zu Engpässen kommen. Und genau das ist der Punkt. Wenn es doch momentan zu Engpässen kommt, wieso denkt da jeder an sich? Ich war an der Kasse, ich habe das vorher schon gesehen, aber ich möchte mal ganz kurz das mit der Kasse thematisieren. Da waren wirklich Leute und das ist jetzt absolut kein Witz, ich war schockiert, da war ein Typ zum Beispiel vor mir, der hatte zwei Wagen. Der hat erstmal, der halbe Wagen war, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, das neue Gold. Und der andere Wagen, Konservendosen, Brot und sowas. Bei Konservendosen, okay, gehe ich noch mit, aber das, was er sich dann noch alles so geholt hat, wie Fisch, Brot und sowas, Fisch 50 mal, Brot 50, also wie schon gesagt, der hat einen Einkauf gemacht, ähm, für drei, vier Jahre gefühlt. Und jetzt könnt ihr ja sagen, ja gut, vielleicht hat er eine große Familie oder geht für mehrere einkaufen. Nein, den, den kenne ich sogar. Ähm, ich habe den auch schon öfters gesehen, das ist wirklich ein alleinstehender Mann. Kann ja natürlich trotzdem sein, dass er für mehrere Leute einkaufen gegangen ist. Aber jetzt kommt der Punkt. Erstmal die Ware, die er da geholt hat, schafft er gar nicht, ohne dass die vorher verderben, so schnell zu essen. Und zweitens, da standen wirklich Omis und Opis im Einkaufsladen, standen da vor dem Regal, wo es Brötchen gab, standen da vor und das war leer. Ja, weil irgendwelche Idioten meinen, ja gut, ich gehe jetzt für mich alleine, hole ich mir jetzt 50.000 verschiedene Brötchensorten und die anderen Leute machen das natürlich dann so nach und denken sich, ja, ja, ne, ich war wirklich, ich war schockiert. An der Kasse, ich war der Einzige, der wirklich gerade so für eine ganze Woche einkaufen war. Und hinter mir, okay gut, hinter mir war einer, ähm, der hat für sich, äh, für zwei, drei Tage den ganzen Kasten geholt. So hat er auch gerochen, das ist aber was anderes. Ähm, Corona wäre am besten gewesen, ist ja das Heilmittel, aber ne, der hat sich, äh, was war denn das? Äh, Feldi, glaube ich, es war Feldi. Feldschlösschen hat er sich, glaube ich, geholt. Wie der gerochen hat, war der ganze Kasten nicht für ein Jahre Vorrat, das war eher dann für ein Wochenvorrat, wenn überhaupt. Ähm, und dahinter war auch noch einer, der hat auch komplett übertrieben, der hat den ganzen Wagen, der hat auch in den ganzen Wagen so einen Einkauf für, ich sage jetzt mal, also ich persönlich würde damit, wenn wir so einen großen Kühlschrank hätten, locker einen Monat zu Hause auskommen, locker, locker, was der sich geholt hat, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, und ich, ich verstehe das ja, ich verstehe das ja, dass man, äh, vorher ein bisschen Angst hat, das kann ja wirklich mal zu Engpässen, äh, kommen und es kann ja wirklich mal passieren, das Paarlesen zumachen. Aber genau aus dem Grund, dass es zu Engpässen kommen kann, sollte man doch weniger kaufen. Was ist denn mit den Leuten, mit den älteren Leuten, die jetzt versuchen, noch ein paar Sachen zu erhaschen, oder für die Leute, die, äh, nicht jeden Tag einkaufen gehen wollen oder nicht können, keine Zeit haben, weil sie immer noch, äh, arbeiten müssen. Was ist denn da mit den Leuten, die dann wegen solchen Idioten vor leeren Regalen stehen, die, und die Leute können das zu Hause eh nicht alles essen, die können, die Hälfte davon wird wegschimmeln, definitiv, das, da verwette ich alles drauf, die Hälfte davon wird wegschimmeln und wird dann weggeschmissen. Und dann stehen, dann sollen Leute, die, 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 wie schon gesagt, trotzdem mit, ähm, etwas Sicherheit, wie ich, mit etwas Sicherheit, einkaufen gehen und pipapo ein bisschen jetzt, ähm, durchs Leben streifen, sage ich jetzt mal, ne. Ich fühle mich ja ein bisschen so nach der Arbeit immer, ähm, wie I am Legend, wenn ich, ähm, uns die Gegend angucke, das ist richtig geil. Ich frage mich dann immer so manchmal, okay, da ist eine dunkle Gasse, vielleicht kommt jetzt ein Google raus, aber ne, bis jetzt habe ich noch kein Google gesehen, vielleicht kommt das ja noch. Ähm. Ich finde das aber auch geil, das, äh, muss ich mal ganz kurz noch einwerfen, ähm, ich war bei uns bei der Einkaufspassage und da, jetzt machen ja gerade momentan alle Läden Gefühl zu, und du bist von, von, von Fenstern und du hast da übelst ja angeguckt, wenn du da so langläufst, ah, was ist das für einer, der soll da reingehen, Mensch, der wird doch sterben hier draußen, so gucken, äh, ungefähr in die Leute an. Wie ich gesagt, ich verstehe das mit, äh, Sicherheit und sowas, aber in meinen Augen ist die Regierung ein bisschen dran schuld, dass wir jetzt erst damit anfangen, aber das ist ein anderes Thema. Was ich einfach nicht verstehen kann, in meinen Augen sollte man jetzt ganz schnell ein Gesetz rausbringen, äh, dass man alles limitiert, sprich, dass man nicht 50.000 Konservendosen, okay, und die fimmeln zwar nicht so schnell, aber dass man nicht 50.000 Konservendosen kaufen darf, und nicht 50.000 mal Klopapier, weil die anderen Leute, die dann einen Tag später dann hingehen und sagen, ja, wir haben heute einen Engpass, tut mir leid, äh, die Ware kommt vielleicht erst in der Woche an, die stehen dann da, so wie ich zum Beispiel, und die haben kein Klopapier, weil irgendwelche Idioten vorher für sich selber, äh, 30, 40, äh, Packungen von Klopapier geholt haben. Da steht man dann wirklich dann so da und denkt sich so, ey, geht's bei euch noch? Jetzt gibt's sogar noch einen Engpass, und ihr, keine Ahnung, ihr könnt von zu Hause jetzt euer Klopapier für 30, 40 Euro verkaufen. Ähm, in meinen Augen sollte es da ganz, 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 ganz schnell, und da sind die Läden auch, äh, in der Pflicht, eine Limitierung geben, dass die Leute nicht hamstern dürfen. Weil man sieht's doch jetzt schon, in den meisten Läden, äh, kommen dann wirklich die Leute hin, die jetzt nicht jeden Tag einkaufen gehen können, die vielleicht, äh, gerade aus dem Altenheim, weil es gibt's ja auch Ältere, die lassen sich da nicht einsperren, was ich auch verstehen kann, die sagen sich, nein, ich möchte jetzt hier nicht eingesperrt sein, ich möchte für mich jetzt einkaufen, was ich vollkommen verstehen kann, und dann stehen sie im Laden da und sehen sie, oh, Klopapier ist nicht mehr da, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr da, was soll ich denn jetzt machen? Ja, leider ist es zum Engpass, dann kommt dann irgendwie eine Verkäuferin oder Verkäuferin, leider ist es zum Engpass gekommen, und die, äh, anderen Kunden haben leider jetzt 50, 60 Packungen gekauft, dann müssen sie den Kunden mal hier da herrennen, vielleicht gibt er ihnen ja eine ab. Was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß? Wir gehen jetzt wirklich mal davon aus, äh, dass es wirklich zum Engpass kommen sollte. Was sollten solche Leute dann machen, wenn die an nichts mehr rankommen, weil solche Kack-Idioten sich denken, okay, gut, ich kaufe jetzt mal, äh, 50.000 Mal Klopapier und 60.000 Mal Nudeln und 60.000 Mal Brot, obwohl ich die Hälfte nach zwei Wochen, äh, äh, weil die so steinhart sind, die Brötchen, äh, schon nach zwei, drei Tagen wegschmeißen kann. Was bringt euch das jetzt? Mal ganz ehrlich, mit Konservendosen, okay, geh ich noch ein bisschen mit, aber das muss auch limitiert werden, dass jeder vielleicht von mir aus nur vier Dinger mitnehmen darf, Punkt, aus, Ende und nicht für ein ganzes Jahr einkaufen gehen darf, weil dann kommt es wirklich mal irgendwann und man sieht es ja hier und da, dass es, äh, zu Verspätungen momentan kommen kann. So, dann steht man dann da, hat kein Klopapier mehr und die Verkäufer sagen zu euch dann, ja, müsste in der Woche kommen oder in drei, vier Tagen, weil irgendwelche Idioten, sorry, dass ich das so sagen muss, äh, meinen müssen, äh, ich kaufe mir jetzt mal Klopapier für das restliche Jahr. Also da, da sehe ich ein bisschen so die, die, die Verkäufer in der Pflicht und auch die, die Regierung, dass so schnell wie möglich jetzt ein Gesetz rauskommt, dass man nicht hamstern darf, Punkt, aus, Ende, weil ich sehe das jetzt schon, ich sehe das jetzt schon und die Panikmache wird noch größer und ich sehe das ja jetzt in meiner Umgebung, es wird ja gefühlt fast alles hier geschlossen, man kann nur noch so in einzelnen Läden rein und sowas. Und wenn es da wirklich zu, äh, ja, zu Engpäßen kommt, dann stehst du dann vor Türen, willst dir Klopapier oder was zu essen holen, geht nicht, weil irgendwelche Kackidioten meinten, ja, ich kaufe jetzt für ein ganzes Jahr, was ich eh nicht essen kann, was ich dann nach zwei Wochen wegschmeißen muss, weil das Zeug verderblich ist. Ey, da kriege ich so einen Hass und wo ich das am Dienstag gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ey, Mädels, 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 ey, ey, ich wollte schon zu den Typen, äh, zuerst was sagen, ich habe mir aber dann gedacht, ach komm, lass den, lass den, lass den einfach. Ey, was soll das? Macht euch da, ja, wie ich gesagt, ich sage es auch immer wieder, Vorsicht ist angebracht, aber doch nicht so eine Panikmache. Das ist, äh, totaler Schwachsinn. Wegen euch Idioten, wie ich schon gesagt, kommt es wirklich dann irgendwann dazu, dass man dann vor Lernregalen steht und eine Woche warten muss, bis die Wache wieder ankommt. Soweit wird es kommen, weil ihr meintet, ja komm, wir holen jetzt mal 50.000 Rollen Klopapier. Für mich alleine oder vielleicht für vier Leute oder vielleicht für drei Leute, die vielleicht in vier, fünf Tagen eine Klopapierrolle benutzen. Natürlich muss man da, ähm, 30, 40 Klopapierpakete kaufen. Natürlich muss man da 50, 60, äh, Pakete Brötchen kaufen, die man, frische Brötchen, die man nach zwei, drei Tagen eh wegschmeißen muss, äh, weil die Scheiße so steinhart ist, dass man da jemanden mit erschlagen könnte und dann für Mord angeklagt wird. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Liebe Leute, bitte, denkt auch ein bisschen an eure Mitmenschen. Die ganzen Leute, die jetzt anfangen, hier Stacheldraht und sowas, äh, vor Fenster dran zu machen. Denkt ein bisschen an, an eure Mitmenschen und denkt ein bisschen dran, dass auch andere Leute gerne einkaufen gehen würden und auch andere Leute gerne Produkte haben würden, wollen. Das wäre total lieb, wenn ihr nicht nur an euch selber denkt, wenn ihr auch ein bisschen an eure Mitmenschen denken würdet. Und der nächste Punkt wäre zum Beispiel auch, denn es Leute geben würde, wie ich gesagt habe, auch aus Respekt, jetzt nicht nur wegen Corona-Virus, aber auch aus Respekt, wenn dann nur hinter mir einer steht, der halb betrunken ist, aber der jeden anhusten muss, ist auch nicht schön. Das ist, ähm, das finde ich vor Corona, fand ich das nicht schön, nach Corona und jetzt gerade mittendrin finde ich das nicht schön. Man kann ja wenigstens, wenn man husten muss, hustet doch so. Das hat euch ja jeder beigebracht. Ihr müsst doch nicht je, vor allem, mir tun die Verkäufer leid, wenn dann vor euch einer dann steht so, ey, sorry Verkäufer, ihr tut mir mega leid, ne? Also den Job würde ich jetzt nie machen wollen. Ich würde da komplett ausrasten. Ich würde jeden irgendwie hier eine Standpauke halten wollen, hier von wegen, was das soll. Da gibt es wirklich so Leute, die, die, die nehmen das überhaupt gar nicht ernst und das sollte man auch nicht unbedingt. Man sollte dann schon ein bisschen auf seine Mitmenschen achten. Die denken, die könnten jeden direkt ins Gesicht rotzen, wo ich mal so, wo ich mal dann da stehe und sage, ja, man könnte doch ein bisschen auf seine Mitmenschen achten. Gerade wenn hinter ihnen oder wenn vor ihnen eine Frau, eine ältere Frau ist, muss man die da doch nicht die ganze Zeit in den Nacken trotzen. Das sind so, also, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, wie schon gesagt, das war's über das Thema, sonst rege ich mich zu sehr auf. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein bisschen mehr in die Materie reingehe, dann werde ich mir definitiv mehr Mühe geben, werde ich auch definitiv viel mehr Quellen raussuchen und werde es euch dann auch verlinken. Ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen und vielleicht gucken genug Leute mit, die sich dann vielleicht das zu Herzen nehmen könnten. Wäre total super, wie schon gesagt, ich würde auch gerne noch einkaufen gehen wollen. Ich würde nie eine Woche später, weil, kleiner Running Gag, deshalb muss ich gleich auch nochmal einkaufen gehen, weil ich ja schon letztes, also am Dienstag gesehen habe, dass es kein Klöpapier mehr erfasst gibt. Ich habe nur noch eine Rolle. So, da würde ich jetzt gerne lieber nochmal einkaufen gehen, bevor ich dann wirklich nächste Woche dann dastehe. Oder besser, am Wochenende würde ich dann ja nochmal einkaufen gehen, aber bevor ich dann am Wochenende dastehe und die mir dann sagen, ja, Pech gehabt, ist ja ein Luxusartikel, davon abgesehen, wird ja mit 19% versteuert, also von daher braucht man das ja nicht. Man kann es auch mit der Hand machen, aber das ist ein bisschen unangenehm, glaube ich. Und, ja, wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr in die Materie reingehe, übrigens, das habe ich von das Thema, die Thematik, habe ich so ein bisschen von abgezockt. Danke, dass du mir den Kommentar geschrieben hast, aber du wolltest ja ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr in die Thematik gehe. Kannst ja nochmal in die Kommentare schreiben, dann werde ich mir überlegen, ob ich da mal ein ordentliches Video zu mache und ich hoffe, wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.